Wolfgang Job über Heidys Ex Heyob, heyob! Der Modedesigner ist in der NDR Latin Night Show in Asnacht zu Gast gewesen und hat heftig gegen Heidi Klums Ex Vito Schnabel ausgeteilt. An dem Kunsthändler lässt der 72-Jährige kein gutes Haar. Wenn die Promis in der Kultur von Plaudertasche Inna Müller zu Gast sind, geht es meist hoch her. So auch in der neuesten Ausgabe der Sendung. Dieses Mal war nämlich Wolfgang Job zu Gast. Und wer den extrovertierten Modedesigner noch von Germany's Next Topmodel kennt, weiß, dass Job auch ziemlich gut lästern kann. Das tat er jetzt auch in der Hamburger Kneipe zum Schelfespusten, wo die Latin Night Show gedreht wird. Seine Opfer, Heidi Klums Ex-Freund Vito Schnabel. Auf die Frage von Inna Müller, ob er den Kunsthändler kennengelernt habe, antwortet Job, ja, den kannte ich schon vorher. Ist nicht unbedingt wiederholenswert. Der sieht aus wie eine Bockwurst mit Haaren. Nach diesem Spruch nahm die Moderatorin erstmal einen ordentlichen Schluck am Wagner und auch das Publikum musste schlucken, bevor es dann doch in Gelächter ausbrach.